Hier ist Nano Nils. Ich habe mal eine kleine Microcharger Rennbahn aufgebaut und ich bin mal gespannt, welche Autos von dem Microcharger das schaffen kann. Das heißt, hier ist der Start. So, hey, hey, hey. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen. Hier seht ihr die ganze Bahn und dann wollen wir mal loslegen. Ich bin ja mal gespannt, welcher von diesem kleinen Microcharger die gesamte Rennstrecke schafft. Ich stapel sie nacheinander, damit es kein Tuwabu gibt. Wow. Schade. Und noch mal vier. Ah. Ja. Wow. Schade. Versagt. Ist der. Okay, der kommt zurück. Ist der. Ah. Wow. Ja. Komm, komm. Was hast du vor? Essen. Ah. Mein Topfavorit. Schade. Na und? Äh. Okay. Noch ein Versuch. Ja. Ja. Schade. Nächster. Ja. Komm. Der kleine Fehler war ja nicht schlimm. Ja komm, bis zum Ende. Das musst du schaffen. Ja. 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 Äh. Okay. Okay. Nächsten Versuch. Ich habe ein bisschen von einem Looping abgebaut. Ist nur noch einmal, weil da anscheinend echt kein Problem liegt. Nächster. Oh, der hat sich da eine Abkürzung gesucht. Das nenne ich aber mal frech. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.